Hallo, herzlich willkommen. Ja, ihr wundert euch sicherlich, warum momentan es nicht mit Manuel und Manuel weitergeht, warum keine neuen Videos kommen. Dazu möchte ich jetzt kurz eine kleine, ja, Information geben. Und zwar hat das seine Gründe. Und zwar, ihr wisst ja, wenn ich eine Serie oder irgendein tolles Video mache, dann möchte ich natürlich auch, ja, dass das gut läuft und funktioniert. Und ihr wisst ja auch, ich habe immer wieder was Neues, klar. Ich arbeite auch vieles aus, um halt auch besser zu sein, um gut zu sein, um, ja, vieles zu machen. Und jetzt kommt die Osterzeit, muss man auch noch dazu sagen. Dann grüße ich ein S. Danke, danke an dir. Ich freue mich immer wieder und danke dir vom Herzen. Und wegen diesem sogenannten S kann es auch vorkommen, dass, wohl bemerkt, das ein oder andere Video vielleicht jetzt nicht sofort kommt. Aber, äh, ich muss so sagen, ich selber habe natürlich auch ein bisschen, ja, ein Privatleben sozusagen. Und da gibt es natürlich auch so Dinge, also so Sachen, wo man sagt, okay, es gibt auch Sachen, da muss man sagen, äh, es gibt auch Sachen, die vorgehen. Und, ja, wenn man da ein bisschen was, ja, ich sag mal, ja, ich sag mal, nett sein möchte. Und versucht irgendwo, irgendwie ein bisschen Freude hineinzubringen und, ja, ein bisschen mehr gewisses Etwas, um halt das Glück zu teilen. Und, ja, und ich trinke mal einen Schluck. Meine Augen tränen gerade so ein bisschen, ich weiß, aber hat nichts mit euch zu tun. Trotzdem finde ich es ein bisschen schade, was momentan so passiert, auf einer Seite. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, weil man muss sowas nicht mit sich machen lassen, ja. Und, ja, und ich finde es schon ganz gut, dass es so ist und freue mich natürlich auf jeden Fall, wenn, wenn es dem S gut geht. Ja, und, ja, und, weil ein S und ein M, da muss man immer gucken, ja. Also, das S und ein M, da muss man, also ich, ja, und, trotzdem sag ich danke. Und freue mich darüber sehr und hat auch ziemlich, ziemlich lange gedauert und jetzt ist es passiert und trotzdem, ich sag mal, es freut mich. Und, wenn man dann mal, wie ich, auch meine Träne vergießt, eine Freudenträne und ein bisschen eine Trauerträne, aber ich glaube, die Trauerträne, ja, die werden noch ein bisschen bleiben. Aber, es hat auch was Schönes daran, und zwar... Rot. Hier angefangen. Und, ja, ich wünsche euch alle schöne Ostern. Prost. Prost. Prost auf dem S. Sage Danke. Und... Versuche, dernächst wieder tolle, tolle Sachen zu machen. Ich arbeite ja noch an die Fortsetzung von Manuel und Manuel. Und das kommt auch noch. Und es wird natürlich Dollars geben, aber ich möchte jetzt auch ein bisschen, ja, meine eigene, mein eigenes Etwas ein bisschen auffrischen. Und deswegen danke ich an dem S. Und sage auch dir. Prost. Daumen hoch. Und danke, dass du da bist. Ich hoffe, ich konnte einigen damit erklären, warum momentan nicht so viele Videos kommen, wie in letzter Zeit hier eigentlich gekommen sind. Ja. Und wer es nicht verstanden hat, ich werde mich da nicht weiter zu äußern. Danke trotzdem. Und freue mich fürs Einschalten. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Und tschau. Tschau. Du kommst Chuck. Der ist väll. nelao. Es ist der ist ja nur einmal. Und einfach auf einen Ausgleichen mit,iğinSt miochen zuõábblht. Untertitelung des ZDF, 2020